Der brandneue Trailer zu Chapter 6 Hunters ist raus und wir schauen uns den mal ganz genau an. Und mir fällt hier schon auf, dass diese Map richtig geil aussieht. Let's go! Also, was haben wir Neues? Hier sieht es so aus, als könnte man seinen Sprung irgendwie aufladen und beim Runterfallen kann man sich abrollen. Vielleicht kassiert man da auch weniger Fallschaden als sonst. Ja und wer bist du denn? Jammt da erstmal so ein kleines Glibbervieh rum, ist das nicht putzig? Jetzt sehen wir auch nochmal die neuen Waffen in Aktion. Es sieht aber stark danach aus, dass sie Bullet Drop haben wie in Chapter 5. Da, da war wieder diese kleine Glibbervieh. Sieht aus wie so ein Shiny-Ditto. Was auch richtig shiny aussieht, ist diese gigantische Oni-Maske, die diese Köpfe hier rausschießt. Das sieht mir einfach nach zu viel Heckmeng aus, also da lande ich auf keinen Fall. Hier werden wir jetzt auch sehen, dass es diese Oni-Maske als Item geben wird, mit dem man dann Feuerkugeln schießen kann. Und hier wird uns der Wall-Jump gezeigt, ebenfalls eine neue Mechanik in diesem Chapter. Aber dahin jumpen, wo dieser Elden Ring-Boss auf mich wartet? Nee, nee, danke, da jump ich lieber nicht hin. Okay, das Chapter scheint richtig wild zu werden und... Oh, da sagt er es Oni no Shiba! Und was ist das? Wir bekommen noch eine Post-Credits-Scene, wo Godzilla revealed wird, King Kong soll auch noch reinkommen. Junge, was wird auf dieser Map los sein? Das wird geisteskrank.